Okay, weiter geht's Fick dich, du scheiß Bucho Und... Ich hab das kurz alleine mal versucht durchzukriegen Also, jetzt hab ich Probleme Aber davor, als ich ohne kommentieren gemacht habe Hab ich keine Probleme gehabt, also bin ich mal kurz ruhig Rein damit Und hier kommt schon der Boss Und wer hat's erwartet, das war Klar, dass er wieder auftaucht So Dreimal Und die Kugel hab ich Boah Gut so, gut so, Level geschafft Sehr, sehr gut Sehr, sehr gut Und ich hab vor, dieses Projekt Heute fertig zu bekommen Am 12.3. Und gucken wir uns mal an, was für Items hatte Okay Okay, jetzt kommt die Hilfe In der 6. Welt, in der Eiswelt Ein Mountie Oh, wie furchtbar, der König wurde verzaubert Bitte finde den Zauberstab, um ihn zurückzuverwandeln Okay Aber erstmal wieder hochklettern Ein kleiner Mario Und ich hab ein Kinderpingui bei mir in der Nähe Ich will die gerne essen Aber ich muss mich hier kurz konzentrieren Hat sich die Farbe des Schiffes irgendwie verändert? Oder brille ich mir das nur ein Bestimmt brille ich mir das nur ein So Denn, 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 denn Denn, 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 denn Keine Gegner Okay, das heißt nichts Gutes Und so. Oh, Feuerwerfer wieder. Mach schön dein Feuer hier. Und so. Okay. Verdammt, veralt dich nicht so. Verdammt. Ich hätte echt Blut gebrochen können. Jetzt habe ich reingekackt. Ich habe so Männer reingekackt. Verdammt. So. Bitte sei ein Pilz hier. Bitte, bitte. Oh, scheiße. Hat ja sehr gut angefangen, ja, Leute. Ich habe sehr gut angefangen. Okay, ich habe eine Idee. Ich habe doch noch diese Pilze da, oder nicht? Ja, ich habe die noch. Okay, gut. Die werde ich jetzt auch mal holen. Und komm. Ich will eigentlich diese Kacke fertig haben. Und keinen Bock mehr auf dieses scheiß Eislevelteil hier. Und so. Und der letzte Part hat 30 Minuten gedauert. Und ich kam nur diese Strecke hier weiter. 30 Minuten lang habe ich herumgekämpft. So eine Kacke. Ich bin so schlecht. Habe ich das Item nicht ausgerüstet? Anscheinend nicht. Okay, nochmal von vorne. Schon wieder dieser Kacke. Okay, komm. Warte, die nächste Welt ist eine Pflanzenwelt. Das weiß ich. Das habe ich nochmal kurz durchgelesen. Und so, 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 so. Verdammt. Der wäre fast runtergefallen. Okay, knapp, knapp. Ähm, ja. Okay, hier warte ich ein bisschen. Bis das Feuer hier einmal gelöscht, ähm, erlöschen muss. So, Pils habe ich. Willst du mich verarschen? Ja. Was zur Hölle? Was? Niemals. Niemals. Fortsetzen. Ich hoffe, das Schiff ist noch da. Übertreib dort gleich die Lage. So. Jetzt komm her. Jetzt kommt der Hammerbruder Mario. Jetzt seh mir mal, was du kannst. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Die Wand bewegt mich, okay. Und, so. Dün, dün. Dün, dün. James Bond lässt grüßen. Dün, dün. Dün, dün. Ich weiß, das hat keinen Sinn gehabt. Aber trotzdem, das muss ich sagen. Dün, 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 dün. So. Okay. Dankeschön. Hier. Bisschen Feuer, bisschen Hammerbruder. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Dün. Nicht schon wieder. Ne, ne. Ich hab aufgepasst. Ich hab aufgepasst. Und so. Und so. Und rein mit mir. Ähm. What the fuck? Hab ich's geschafft? Ja, geschafft. Dünner Spießt. Von Kippa-Besucher Ahmed. Von Dünner Ahmed. Nein, von Sultan Ahmed. Der Dünner. Ja. Der Eis. Nein. Eis-Level. Ist komplett. Ein Stein. Kein Unterschied zum Vorherrn. Wir wollen mal sein Grinsatz. Oh, großartig. Fantastisch. Ich hab meine alte Gestalt zurück. Tausend Dank. Hier ist ein Brief von der Prinzessin. Wieso haben alle Könige einen Prinz? Das sind alle ihre Verehrer. Die Könige hatten etwas mit ihr. Sag ein Grüß. Mir geht es gut. Bitte suche den Zauberflöte. Du findest sie irgendwo in der Dunkelheit am Ende des dritten Levels. Der ersten Welt. Anbei ein Geschenk, das dir helfen wird. Nein, danke. Ich suche keine Flöte oder so. Die brauche ich nicht. Die Leute, die das machen wollen, können das ja ruhig machen. Was ist das für ein Sound denn? Okay. Kann ich da rein? Okay, geht nicht. Okay. Was? Okay. Diese Scheiß-Steuerung mit der Tastatur. So, komm. Komm, na. Aber das hat ein bisschen... Das sieht anders aus, als das bei SNES-Teil. Warte. Heißt das, dass es hier schwieriger ist? Entwickler wollte mir sagen, dass ich eine schwierige Revision hier spiele. Und rein mit mir. Ich komm da raus. Knapp, knapp. Vielleicht wäre er jetzt gerade rausgeguckt. Hä? Achso. Verdammt. Hätte mich fast selbst gekillt. Ähm, okay. Dankeschön. So. Verdammt. Knapp. Okay, dann muss ich da wirklich rein. Bitte, komm, das Ende. Bitte. Ich hab keinen Bock mehr. What the fuck? Ähm. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht wieder. Okay, nur einer von denen. Ich bin der dämlichste, dämlichste Dummkopf aller Zeiten. Nein, das benutze ich hier nicht. Ich bin echt der dämlichste Spieler aller Zeiten. Ja, Leute, ich bin dämlich. Okay, ich bin jetzt mal wieder... Oh, komm, rein damit. Ich bin jetzt ein bisschen ruhig und so konzentrieren. Und ein Puh auf dem Gesicht. Oh, komm. Kein Eisleppeln und trotzdem kacke ich hier ab. Wie toll ist das denn, Leute? Ist es nicht herrlich? So. So. Komm. Das ist die vorletzte Welt. Da kommt sowieso die letzte Welt vom Bowser und danach hab ich... Dann ist es vorbei. Hier gibt's nichts. Hier rein. Dankeschön. So. 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 Fick dich doch. So. 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 Ich bin so dämlich Wartet Okay, wir sehen uns gleich wieder Okay, weiter geht's Ich habe das kurz übersprungen Nicht, dass es wieder Warte, wenn jetzt das Ziel jetzt kommt Dann Ich habe so rumgefällt Und das Ziel war so nah bei mir Egal 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 Ich glaube, meine Konzentration liegt Ist jetzt geschwächt wegen meinen Kinderpingus Die neben mir sind Warte, wo komme ich denn jetzt hin Sehen wir uns mal das an Okay, da komme ich zur zweiten Welt Okay Was? Warte, mich komplett verarschen Habe ich dir jetzt echt gedacht Dann kann man jetzt durch Was? Ähm, ja Da kann ich rein Anscheinend Wollte ich das? Das ist die beste Frage Achso, okay Da kommt man da raus Ich schwimme einfach weiter Dann sehen wir uns mal Sehen wir uns an Wo ich rauskomme Okay Okay, hier Wieso muss das eine Musiknote sein? Hm Ach Jetzt benutze ich das Jetzt fliege ich um die weg Einfach so Alpha wegfliegen Es hat keinen Sinn mit euch Ich fliege einfach weiter Einfach weiter fliegen Und es hat mich getroffen Hier Und hier wollte ich Normal durchgehen Leute Achso, okay Jetzt komme ich da raus Und hier rein Und ich fliege ein bisschen rum Hey 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 Oh nein Okay, das haben wir es geschafft Aber wenn ich das jetzt ohne das geschafft hätte Ohohohoho Aber das sieht ein bisschen anders aus Als das, was auf einem Messenger Let's playt hat Haben das ein bisschen verändert In der GBA-Version Da gibt es in der dritten Welt Okay Okay Gut so Wie bin ich da nur durchgekommen Hochgenommen Aber richtig Okay Wie ihr seht Ich habe Skills Wenn ich nur die richtigen Sachen habe Dritte Welt auch noch geschafft Gut Jetzt kommt die vierte Welt Die führt Dieses Rohr bestimmt Führt mich da hin Okay Jetzt geht es leider Da Achso, okay Und der Wasserlevel Ich habe es Ist es ein Scrollinglevel Oder irre ich mich Was bist du denn für eine Pflanze Okay Scrollinglevel Und Wasser Passt nicht Passt im Ganzen gar nicht Scheiße Gleich da durch Was Achso Das hat keinen Unterschied gemacht Hä Das hat keinen Unterschied gemacht Warum Mein Pilz Wieso haben die Fische Ihre Minder auf Wollen die etwa Dass da irgendwas reinkommt Wie dieser Chinesenfisch What the fuck What the fuck Verdammt Verdammt Verdammte Kacke nochmal Verdammte Kacke nochmal Level Ähm Okay Bitte komm das Ende Ich habe keinen Bock mehr Meine Nerven sind schon Im Keller Bitte 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 Ja Geschafft Ich brauchte eine Pause Ich wollte keinen Nervenzusammenbruch Wie ihr wisst Okay Da geht es jetzt So der fünften Welt Ja Nur das Eislevel Hat mich hochgenommen Ähm Hallo Was ist das für eine Welt denn Eine Welt voller Koopas Äh was zur Hölle Okay Komm Und Hier rein Ich glaube Hier gibt es auch Warte Es gibt Mehrere Möglichkeiten Oder was Ich gehe mal diesen Weg Okay Das hat ja keinen Das hat ja keinen Unterschied gemacht Okay Warte Hier in dieser Welt Also Ich meine In dieser Pflanzenwelt hier Gibt es bestimmt auch so Zehn Welten Würde ich mir jetzt mal denken Ähm Wieso habe ich das so langsam gemacht Wieso Hm Wieso habe ich das so langsam gemacht Diese Welt Also Dieses ganze Let's Player Ähm Nein Let's Play Super Mario Advance 4 Das ändert mich bisher an Super Mario Advance 1 Ich weiß nicht Da war es Oh immer so eklig Manche Level Und manche nicht Zwei war bisher leicht Drei muss ich mal sehen Wie Joshi es ist Er hat ja immer so Probleme Mit der Steuerung Aber Gesehen wir mal Welt 7 Endlich Ähm Er hat ja mich komplett verarschen So Ich dachte schon Ich kriege hier nichts mehr Ähm Wollte ich das Das ist die bessere Frage Nein Ich wollte das nicht Egal Ich gehe einfach mal hier rein Und hoffe mal Dass das Ziel eigentlich da ist Nein Hier erwartet etwas auf mich Und das ist ein Pilz Ist da euer Block Ja da ist auch ein Block Okay Hä Wie zum Teuer Wie zum Geier Soll ich dann Okay Hier rein Ist das ein Weg Und kein Leben haben wir zurückbekommen Hier ist der Weg Der weiter geht Muss ich hier rein Und hoffe mal Dass nichts Böses auf mich kommt Nur Koopas Okay So rein mit uns Äh rein mit mir meine ich Mit uns Ist ja nicht so Dass ich ein Let's Play Together Hier gerade mache Okay Okay hier rein Was zur Hölle Wollte ich mich verarschen Ähm Okay Dann gehe ich hier rein Und gehe wieder raus Weil das keinen Sinn hat Okay dann muss ich von hier Okay das muss ich machen Um einen Weg zu machen Für mich Komme ich dann hier raus Hä Hä War ich da schon Egal Ich wiederfrage nichts Okay dieses Level war eigentlich leicht Aber wie konnte ich da fehlen Keine Ahnung Fragt mich nichts Ich bin schlecht Ich glaube ich habe das gleiche Syndrom wie Lucifo Ich kann kein Japan Wands Früher habe ich die Skills gehabt Jetzt habe ich die verlernt Und bin ein Frosch Ey Dankeschön Wo führt mich dieses Rohr hin Röhrchen Wo führst du mich denn hin Zeig doch mal Ähm In einer Zwickmühle Okay Böse Böses Rohr Böse Böse Okay dann muss ich dieses andere Rohr benutzen Das hier Das führt mich dann nicht zu der goldenen Zu den goldenen Pils Ach Mann Ich will die Kinder Pingüi essen Die in der Nähe sind von mir Das wollte ich gar nicht benutzen Aber egal Was sind das für Gegner denn Egal Das hat er sowieso Muss ich jedes Mal Ansprung nehmen oder was What the fuck So Okay dann muss ich hier rein Bitte sei das Ziel Ja 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 Das ist genau das was du wolltest Gut so Ähm Wo führ mich das hin Sehen wir uns mal das an Den 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 Okay das ist gesperrt Es gibt neun Welten da Sieg aus meiner Eiswelt Dann zehn Hat der eine Welt dazugefügt den Entwickler Wollten sie mich ärgern? Bestimmt wollten sie mich ärgern Ähm Egal komm wir Egal wir suchen wir mal Das Okay alles ist Gold Ähm Was ist das für eine behinderte Welt? Hier passiert ja nichts Hier passiert gar nichts Was ist los? Hast du hier ist ein Rohr Hä Hier kann ich nicht rein? Und hier bin ich tot Hm Ach okay Wieso kann ich da nicht rein? Verstehe ich nicht Egal komm Versuch jetzt nochmal Din 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 Aber erst holen wir uns mal diesen Pilz Erst holen wir uns den Pilz da Und so Und rein mit uns Wieso kann ich aber da nicht rein? Okay von der Karmilch Hä? Warte mal Ich kann da also rauf Aber was bringt es mir? Das ist ja die bessere Frage Hä? Kann es sein Dass ich die Kerzen anzünden muss Oder so? Ich glaube ich muss die Kerzen anzünden Ja ich muss die Kerzen anzünden Das wäre die einzige logische Schlussfolgerung Die ich jetzt beziehen könnte Hä? Ich verstehe es nicht Ja mach kein Hackman Verdammte Kacke Wasse Wirst du mich verarschen? Ähm Ich verstehe es nicht Warte mal Kann ich das nochmal machen? Okay ich versuche es nochmal Achso Okay 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 Ich glaube ich habe es verstanden Muss ich jetzt da durch? Ich verstehe dieses Behinderte Rätsel nicht Ich verstehe es nicht Zeit abgelaufen Ja ich habe es verstanden Okay Wir sehen uns das nächste Mal Tschüss Hier wird ja es Ich weiß ratz Und Nice D Bend D Vielen Dank.